Neue Nachbarn, das muss ich ja sofort den anderen erzählen. Neue Nachbarn? Bitte nicht. Ich verstehe jetzt nicht ganz genau, was das Problem ist. Ich kann mir jetzt schon die Unordnung vorstellen, die so ein Haufen Fremder mit sich bringt. Ich hoffe, sie riechen nicht so sehr nach Mensch. Ich hoffe, sie können Gutes und Böses voneinander unterscheiden. Na, wenn die alle so viel reden, wie ihr war, dann verstehe ich auch das Problem. Weißt du, wer zu uns auf den Doppelspitz ziehen will? Und wie viele? Ich habe einen Plan. Wir bauen einen Zaun. Wummelte, versteck dich. Hin doch, ab nach Hause. Und das ist keine Übung. Schusch war bereits eingezogen. Wir spielen einfach vor Säcke und suchen ihn nicht. Häufig schon Musik, ist das eine Verführung? Nein. Sie hatten noch nie einen schaurigen Schusch gesehen. Der schaurige Schusch! Schusch. Oh, 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 oh.